Hallo ihr Lieben, ich bin Bärbel Schäfer. Schluss mit Ausreden, Schluss mit der falschen Scham. Ich hoffe, ihr habt schon einen Termin gebucht für die Darmkrebsvorsorge, denn es hat auch Vorteile. Erstens, ihr bekommt den Tag vorher ein richtig cooles Getränk umsonst, am Tag selbst der Untersuchung ein sexy Papierhöschen, was ihr tragen dürft. Ihr dürft ein Nickerchen machen und hinterher hoffentlich die Diagnose, dass alles in Ordnung ist. Denn für Darmkrebsvorsorge ist man niemals zu jung. Also, weg mit der Scham, Termin buchen, kann Leben retten.